Der Traum vom Aufstieg in die Zelliga der Nations League hat sich für Fußballzwerke breiter zerschlagen. Der krasse Außenseiter verlor daheim 2 zu 6, 1 zu 1 gegen Armenien und hat mit weiterhin 6 Punkten keine Chance mehr auf den Gruppensieg in der Liga B. Spitzenreiter bleibt vor dem letzten Spieltag Mazedonien, 12, das in Lichtenstein 2 zu 0, 0 zu 0, gewann. Dahinter folgt Armenien, 9. Bis Mitte der ersten Halbzeit hatten die Kicker vom Affenfelsen nach einem Tor von Thiedebert, 10. weiter vom großen Kuh träumen dürfen. Doch viermal Jura Moses Jan, 27., 48., 52. und 54. sowie Arthur Karteschien, 66. und Alexander Karapetien, 90. sorgten schließlich für klare Verhältnisse. Der Treffer der Gastgeber durch Adam Priestley, 78., hatte keine Bedeutung mehr. Gibraltar, das gerade einmal 35.000 Einwohner zählt, wurde erst 2013 in die UEFA aufgenommen. Indes steht Dänemark als dritter Aufsteiger in die Liga der Nations League fest. Der WM-Achtelfinalist siegte gegen Wales in Cardiff 2 zu 1, 1 zu 0, und ist mit sieben Punkten in Gruppe für nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Vor den Dänen hatten bereits die Fußballer aus der Ukraine und Bosnien-Herzegowina den Sprung in die höchste Klasse des neuen UEFA-Wettbewerbs geschafft. Nikolai Jürgensen, 53., und Martin Brett Wade, 88., schossen den Sieg der Dänen heraus. Für Wales konnte nur noch Superstar Gareth Bale verkürzen, 89., der problemlose Aufstieg Dänemarks kommt ein wenig überraschend, nachdem es Anfang September noch zum Spielerstreik beim Länderspiel in der Slowakei gekommen war. Hintergrund war ein Spuren-Zurring-Streit mit dem dänischen Fußballverband DBU. Danach hatten die Spieler aber ihren Widerstand vorerst beigelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017